Runway 227 Flight Flight Simulator X Ja, damit willkommen zurück zu Let's Play Flight Simulator X im Landeanflug auf London hier vor Ja, wir sind nur noch 49 Meilen von unserem Zielflughafen entfernt und Wir befinden uns bereits auf 13.000 km ... Ja jetzt, also es hatte ganz schön viel los, genauso wie über Frankfurt war auch schon Das ist eine Führersau, da habe ich ein bisschen viel Verkehr gehabt Ok, wir sind auf 4000 3500, Boeing 747 3500, Boeing 747 3500, turn right heading 3500 Turn right heading 330, Wisconsin 564 Peppy Wisconsin 564 Peppy Have the traffic 1584 Peppy, turn right heading 355 Turn right heading 355 1584 Peppy 4 Leider set 24000 Ja, ich bin wieder mit der Ja, ich bin wieder mit der Rettung, 355, 10, 20, 4000 Lufthansa, 564, heavy 1584, heavy, attack south-end approach, hunt 130.775 Lufthansa, 564, heavy, attack begin, approach, hunt 1, 2, 3, 4 fahren wir vor angeschmeißig, ja da ist die 747 so, dann gucke ich mal hier, wir haben die Bahn 8 ja, wir wissen noch nicht cry, weg! von einer Flughafen, hochioxuaner left werden, abknt 1,5 PH 515,れbei unft 1 3 0,675 Vltc. live, schoss grandmother libe, schoss reden, auf Vouursed auf einer cares noch nach five sich cie nach WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH afternoon 505 hard Blackめar WDR mediagroup GmbH Oh Gott, wo es sich abschmeckt. Warte mal eben. Es ist wichtig, dass ich den ILS zur Wäsche Zwei Da ist er ja auch. Ja, da ist er ja auch schon. Ja, das war's. Ja, da ist er ja auch schon. Oh ja, hier kann man ein bisschen was von den Lampen sehen. Und wir haben hier ein bisschen starken Wind. Wie es aussieht. Oh, der müsste jetzt wahrscheinlich auch einen anderen Flughafen finden. Ja, wir haben Versehen, wir gehen nämlich gerade ein bisschen nach rechts rüber. Ja, wir werden gerade ein bisschen rummatt. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020